Na gut, hier sind wir erstmal durch, gehen wir zum Friedhof. Also selbst wenn sie ihn versucht hat mit der Spinne zu töten, wenn sie es dann nicht geschafft hat, müsste sie ja eigentlich davon ausgehen, dass sie ihn getötet hat. Weil wenn ich sie beschuldige, dürfte es ja kein Problem sein. So, da haben wir ihn. Friedhofsgärtner oder so. Da haben wir was zum Anziehen. Na komm, jetzt wird es hier. Okay. Ein alter abgetragener Mantel. In einer Tasche befindet sich ein zerknüttelter Notiz. Hier ist die vereinbarte Summe für die Transaktion der letzten Nacht. Aber wahrscheinlich gehörte das mit dem Verpulleln dazu, wa? Oh, ich sehe ja gerade was. Das gehört zwar jetzt nicht zu den Geheimnisdingen hier. Ach komm, hüpft rüber. Aber warum bist du so doof, ey? Ich will da rüber. Ist da irgendwo eine gepresste Blume? Da. So. Ist hier noch mehr? Da ist noch eine Truhe. Wurde mir auf der Karte, habe ich gerade gar nicht angezeigt. Komischerweise aber die gepresste Blume. Egal. So, wir müssen noch weitere Hinweise finden. Nur wo? Ah, die Krypte hier, oder was das da ist. Zack. Das Schloss wurde aufgebrochen. Die Tür steht halb offen. Professor Binks sagt, ist leer. Da ich das nun weiß, könnte ich den anderen ein paar Fragen stellen. Ja, aber es fehlen noch Hinweise. Da ist was. Taschentuch. Ein Spitzentaschentuch mit roter Stickerei. Schon wieder. Passt zur Universität. So. Hinweise, Hinweise, Hinweise. Oder, äh, ah, da ist er. Geld. Sieben Pfund. Stalling. Ich frage mich, ob mir jemand etwas dazu sagen kann. Tja. Wird wahrscheinlich nicht er hier gekostet haben für das Begraben, ne? Ich hab gesehen, wie der Sohn das Grab verschlossen hat. Ein Leichenraub? Sie beleidigen mich. Wenn ich erwischt werde, wäre ich im Handumdrehen im Kitchen. Natürlich sind sieben genehm für einen wie mich eine Menge Geld. Ich bin ein bescheidener Mann und spare jeden Penny für schlechte Zeiten. Gut, ich verkaufe ab und an ein paar Leichen. Von irgendwas muss ich ja schließlich leben. Hab das Schloss geknackt und ihn in einer Karre hinter der Gruft gelassen. Es war dunkel. Ich konnte nichts sehen, aber irgendein Kerl muss den Professor weggeschoben haben. Der Boden ist schlammig. Vielleicht finden sie noch ein paar Spuren. Ah. Danke. Da. Schlammspuren. Von hier nach da. Also wollte den jemand kaufen? Oder hat den jemand gekauft? Ich hab dir echt gedacht, der wäre tot. Da führen die Schlammspuren hin. Schnell hinterher. Pegasus. Oder ein typischer Name für ein Pferd, oder? Wie weit gehen die Schlammspuren? Ah, die gehen da rechts rüber. Hier hin. Dann da weiter. Ich glaub, hier sind auch nochmal welche. Hier keine mehr. Ah, okay, jetzt führen sie nach rechts. Dann hier weiter. Und hier rein anscheinend. Okay, hier haben wir einiges. Na, schauen wir mal. Verlassenes Haus. Verlassenes Haus, Werkzeuge. Wie inhaltet eine Säge und einen kleinen Hammer. Die Säge ist blutschig. Eine einzelne Seite, die aus einem Buch, über die Bege stammt, gerissen wurde. Sie beschreibt serminelle Rituelle, die mit heiligen Masken, Freirauch und Gesang verbunden sind. Tja. Da ist wahrscheinlich auch die Maske, die fehlt. Verlassenes Hausmaske. Eine geschnitzte Holzmaske eines Schakals. Da haben wir wieder ein paar Seiten. Wahrscheinlich das Ritual. Ausgerissenes Kapitel. Genau. Ein ganzes Kapitel, das aus Professor Beans Buch die funktionierenden Bräuche aus dem tiefsten Afrika gerissen wurde. Das Kapitel beschreibt einen alten Brauch, bei dem Mitglieder eines Begesus-Stammels in einer Zerminie die Gehirne ihrer angesehenen Stammelsältesten verspeisen und deren Wissen zu erlangen. Boah. Ah. Toll, ey. Er ist ein Gehirn, um das Wissen zu erlangen. Ne, spinnen, ja. Sollen wir hier noch mehr? Ja, da müssen noch mehr Hinweise sein. Ah, da, da. Ein ganz kleiner. Was haben wir da? Asche. Ein Häufchen kalter Asche, die einen ruhig riechenden Duft verströmt. Hm. Ein Hinweis fehlt mir aber immer noch. Hier komme ich nicht rein. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwo wieder klettern, ne? Ist da irgendwo was auf? Komm, geh mal rauf. Ne, da ist nix. Hier ist auch nix. Hupsela. Na komm, runter. Runter. Okay, weiter. Irgendwo rein. Ah, es bleibt doch mal endlich unten, ey. Einmal. Einmal will ich erleben, dass sie das machen, was ich will. Ne, hier ist auch nix. Wo ist denn jetzt der letzte Hinweis? Ach, hier. Ah, das ist die Brille. Ah, der hat doch die Brille verloren. Gewöhnliche Brille. Bin zwei gebrochen. Ah, ja. Also schnell zur Universität. Äh, ja nicht das Haus. Wo ist die Uni? Da hinten. Naja, wolltest du also mit dem das Ritual machen? Wolltest du ihm sein Hirn auffressen, oder wat? Verdammter Spinner. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Würtchen ihm da geholfen hat. Die Würtchen ja eh loswerden. So, glaube ich kann es die ganze Zeit dran rum vorbei. Ne, hier, vorsichtig hin. Ach, hier sind noch, weil hier so so Dingens. Können wir eben auch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Einmal hier rum. Achtung. Und hier. Ja, das ist meins. Ich habe ein ähnliches auf der Beerdigung verloren. Ich war ganz durch den Wind. Naja, alles klar. Nervös warst du wahrscheinlich eher. Weil er hier die Gehörne essen wollte. Wenn ich eher andere. Ein. Der hier wollte die Gehörne essen. Ich reiste vor kurzem nach Afrika, um die Erforschung des Stammes weiterzuführen. Hm. Was muss ich denn jetzt machen? Weil beschuldigen kann ich ja, glaube ich, immer noch nicht, ne? Versuchen wir jetzt einfach mal anhand ihr. Doch, kann ich. Okay. Ich würde sagen, der Typ da oben wollte das Gehirn fressen. Und sie hat ihm unten geholfen. Ich bin mal gespannt, ob ich richtig liege. Ich brauchte sein Wissen, um zum größten Anthropologen im ganzen britischen Empire zu werden. Und seine heißgeliebten Wilden verschafften mir das Verfahren. Ha! Hammer, ich hab's geschafft. Professor Silas war überaus gerissen und grausam. Mr. Raymond wird begeistert sein. Ja! Ich hab endlich mal so ein Groschen-Roman-Rätsel direkt gelöst. Das angesehene Professor Bing wurde Opfer der diplomatisch der Angesehene. Die diabolischen Plan eines Kollegen und ehemaligen Assistenten Professor Silas mit einem starken Spinnengift versetzte Silas seinen Mentor in ein tiefes Koma. Er versuchte sogar, Bingens Gehirn zu essen und dessen Wissen aufzunehmen. Auf die Idee brachte ihn ein afrikanischer Stamm, der Professor Bing selbst entdeckt hat. Silas war eindeutig etwas wirr im Kopf, als er glaubte, an eine Anthropologie übertrumpfen zu können, indem er das Gehirn seines Mentors verspeist. Oh, und sie in Frieden, Professor Bing. Die anthropologische Gesellschaft betrauert ihr Hinscheiden. Henry Raymond. Geil! Hammer, hab ich das endlich geschafft, einen Fall so richtig zu 100% selbst zu lösen und hab mir alles richtig zusammengedacht. Wobei jetzt nicht die Rede davon war, dass hier die Virgin das mit dem Spinnengift gemacht hat. Aber dazu zu trauen wär's hier gewesen. Cool. Das war definitiv ein cooler Groschen-Roman. Also das gefällt mir aber auch ziemlich gut hier, so diese, ähm... Die sind auf jeden Fall wesentlich cooler, als von wegen hier die Kinderbefreiungsgeschichten und so'n Kram. So, jetzt haben wir hier wieder einen Roman. Der Teufel von der... Flat Street. Na gut, wir haben gerade erst einen gemacht. Sollen heben wir uns den auf. Hatte ich die City of London hier befreit? Ah ne, genau. Ich muss mich hier erst noch den Banden-Krieg machen. Den machen wir jetzt. Können wir nämlich dann hier die, ähm... Das Szenario 8 auch machen, wenn wir das hier eingenommen haben. Ich meine, es fehlt noch einem Bezirk, damit ich hinterher das Szenario 8 auch überhaupt reinkomme. Auch wenn wir das Szenario 7 noch nicht fertig haben, machen wir das jetzt einfach, weil ich da jetzt gerade Lust zu habe. Wenn der Animus denn jetzt wieder lädt und lädt und lädt. Immer müssen wir Ewigkeiten auf den Animus warten. Weil es ist irgendwie so... Total witzlos mit dem Animus. Kommt überhaupt gar nicht zur Geltung. Können sie sich auch sparen. Ja, ja. Komm, lag schneller. Laufen wir jetzt die ganze Zeit im Kreis. Herr Papst, haben wir noch gar keinen einzigen von gekauft, ne? Könnt man ja vielleicht mal machen. So. Ah, wir sind auf der Heuschrecke. So, einmal. Da wollen wir hin. Todessprung. Wo ist das? Dingens. Bums. Und gelandet gleich. Zack. Da sind wir. Oh, da ist wieder... ...jemand, der was umbringen will. So. Hier nicht. Wir nehmen mich jetzt gleich diesem ganzen Bezirk hier ein. Kann ich mal aufräumen. Das wird einer gleich weniger beim großen Kampf. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss pünktlich zu meinem Bandenkrieg hier ankommen. So. Jetzt muss ich aber irgendwie rauf. Ah, nee, da komm ich auch raus. Zack. Einmal hier durch. Da, da. Ja, komm, gehen wir oben rum. Das geht, glaube ich, schneller. Wenn wir jetzt hier irgendwo drum rumlaufen. Na, komm schon. Da rüber. Da hinten ist wieder unser Zug. Oder zumindest irgendein Zug. Der ist unser Zug. Hallo, Zug. Schön, dass du uns so begrüßt. Aber zu dir wollen wir jetzt gerade gar nicht. Wir müssen jetzt hier unser... ...Bezirk einnehmen hier. So, hallo. Warte, das doof ist Pferd. Geht doch mal aus. Wollt ihr mich hier verarschen? Das doof fährt da, ey. So. Jetzt nehmen wir hier das Vögel ein. Ach, Mann. Lad doch schneller. Komm, 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 komm. Schneller, 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 schneller. Kann man sich nicht überlegen, ob man sich doch eine Playstation 4 Pro holt. Aber ich habe ja gerade mal eine Playstation 4 in einem Jahr. Da würde ich mir keine Pro jetzt holen. Das macht nicht wirklich viel Sinn. Aber es nervt einfach, dass er so lange laden muss. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass ihre Chancen, den Kampf zu gewinnen, ohne Miss Nora gestiegen sind, aber ich würde die Bleithers auch nicht unterschätzen. dieser Borough gehört nun uns. Ja, ja, komm. Zack. Zack. Einmal. Ah, die machen das da hinten schon. Kann ich hier... Ach, ich kann hier gar nicht plündern. Verdammt. Dann machen wir halt mal hier schnell klar Schiff. So, du auch noch. Erledigt. So, wo sind die nächsten? Hm. Hm. Meine Damen und Herren, wir sind Jacob und Evie Frey. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Tja. Also, weil wir den Boss schon gekillt haben, war das jetzt noch viel einfacher. Cool. Erobert City of London. Neues Frequenz freigeschaltet. Ja. Das haben wir ja später auch vor. Aber. So, das war der eine Goroschenroman, den wir eben schon gesehen haben. Wir sind jetzt hier. Ähm. Hm, 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 hm. Wie können wir weitermachen? Da können wir weitermachen. Aber ich wollte jetzt eigentlich mal nach der Hauptquest schauen. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Da. Okay. Wir sind hier. Würde ich sagen. Guck nach. Ah, komm. Kämpfen wir uns hier quasi wieder so durch. Warte, aber ehrlich gesagt, keine Lust, durch die Temse zu schwimmen. Schnellreise? Aber ich gehe in die Schnellreise hin. Und dann decke ich da rechts lieber nochmal das da auf. Durch die Temse schwimmen, das finde ich irgendwie nur nervig. Wenn wir gegen die Strömung und die ganzen Schiffe da immer im Weg, das brauche ich jetzt echt nicht. Dann kann ich lieber hier einmal Schnellreise machen. Ich glaube, da bin ich auch schon doch schneller mitbedient, als wenn ich dann jetzt da rumlaufe. Aber manchmal muss man halt abschätzen, was halt mehr Sinn macht. Aber da war jetzt auch nichts irgendwie auf dem Weg, kurz einzusammeln, wo ich sagen könnte, ja gut, es lohnt sich da langzugehen, um noch einiges abzugreifen unterwegs. Und dann halt eher so. So. Wenn er den lädt, lad doch einmal schneller ein. Aber nee. Es soll dann nur zu schnell sein, ne? Na geht doch. Oder auch nicht? Du hast doch gerade erst geladen. So. Nö, direkt da runter und wieder schöner Todessprung sich gelandet. So. Wo war das jetzt hier mit dem Aufdecken? Da. Da gehen wir jetzt hin. Wo weiß ich, wenn wir eben gerade gucken. Was ist das hier oben? Ah, da ist noch ein Kampfclub. Den habe ich glaube ich noch nicht gemacht, oder? Gucken wir mal eben. Ist ja eh auch im Weg. Können wir den Kampfclub auch noch machen, wenn wir den noch nicht gemacht haben. Noch ein bisschen EP und Geld können wir immer gebrauchen. Ah doch, den haben wir gemacht. Das war da oben. Dann decken wir das eben hier auf. Gucken wir uns dann doch schön um. A A Bis zum nächsten Mal.